Wir berichten heute live aus der Alten Post von unserer ersten Vor-Abi-Feier. Und als erstes haben wir hier im Interview Benedikt. Hier, was sagen Sie zu der heutigen Abi-Feier? Wunderbar. Ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen, als unsere erste Vor-Abi-Party hier in der Alten Post zu feiern. Das ist wunderbar. Ich habe hier einen Mückenstich. Erzähl doch nicht, Sie haben sich doch geschlagen, bestimmt. Ja, Mückenstich auf dem Augenlid. Lisa ist in der Hut. Lisa, sag was. Hi, hi, sagt Lisa. Und jetzt machen wir eine Welle, Lisa. Eine Welle, machen wir. Und zurück. Achtet mal, diese Besenführung. Der macht das nicht zum ersten Mal. Der macht das nicht zum ersten Mal, der Mann. Ich gehe jetzt zum ersten Mal rein in die Post. Wir haben halb zwölf durch. Der Niko ist schon besoffen. Der Nikolas. Wir haben schon zwölf. Ich verbessere, Niko. Ja. Was sagt der Alkoholpegel? Null. Null? Ja. Null? Stefan? Was sagt der Alkoholpegel, Stefan? Zehn. Zehn. Von? Neun. Zehn von neun hat er. Alles klar. Wollen Sie uns noch etwas zu unserer Stufe sagen oder zu der Vorbefeier heute? Genial. Einfach genial. Perfekt. Perfekt. Absolut. Jetzt zeigen wir uns doch mal einmal die Stempel. Was sagt der Alkoholpegel? Wir haben ja schon. Wir haben irgendwie die letzte Woche gehen. Das ist wie hier. Cool, oder? Danke. Ich habe gar keinen. Ich finde das hier total cool. Und in fünf Minuten habe ich Schluss. Und dann kann ich auch Party machen. Und dann kann ich auch Party machen. Und dann kann ich auch Party machen. Aufsabend. Du bist das Himmelwett! Du sollst mich konsultieren! Du sollst mich gegen Kandide! Oh, let's go! Was ist das Resümee dieser Party? Wir haben 1.000 Euro und viele besoffene Menschen. Also, was sagst du für Draschuba? Sag, ich liebe die 13! Die 13 liebe ich jetzt nicht. Aber dafür liebe ich unsere 12. Und damit meine ich meine 12. Weil die 12 ist besser als eure 13. Das muss ich einfach mal sagen. Das ist jetzt natürlich nicht richtig! Ich liebe diese Stufe, vor allem den Lars! Ja! Dich nicht! Das war's für heute aus der alten Post!